Guten Tag, hier ist wieder euer Papagei, heute zeige ich euch, wie ich so viel Score mache, weil ich muss wieder mal was tun, ich bin im Moment auf dem dritten Platz, das zeige ich euch gerade mal, ähm, na, wo haben wir es, da haben wir es, momentan bin ich auf dem dritten Platz, aber wir wollen den wieder einholen, wir wollen den heute wieder erster werden, heute zeige ich euch, wie das funktioniert, ich habe hier schon mal ein Gottblöcke, wie ich die bekomme, zeige ich euch, so, ich habe die Smaragde in Diamanten eingetauscht, dann nehme ich euch gerade mal mit, und tausche die jetzt gerade mal schnell ein, heute zeige ich euch das mal, wie das mal funktioniert, es ist leider eine Leiterscheißarbeit, man muss immer hin und her laufen, so, jetzt zeige ich euch mal, wie man das macht, an Spanso tauschen, jetzt zeige ich euch gerade mal, für was die Smaragde umgetauscht wurden, damit ihr es auch mal so seht, dann wisst ihr ja auch, wie ein Gott ich bekommen habe, und es wird euch ja erst mal hinlaufen, und dann zeige ich euch das mal, so, gehen wir mal da hin, gehen wir mal zu diesem Hofner, der hat das, ich stecke das einfach rein, einfach so reinlegen, dann bekomme ich schon mal die Goldbarren, dann zeige ich euch das mal, das Smaragde, kriege ich immer 10 Dias, und ich hatte 5,64er Smaragde gehabt, und hab die in Dias eingetauscht, und jetzt tue ich ein Diamant in meinen Dings, das heißt, ich würde jetzt Gold einhauen, so wie ihr hier seht, jetzt gehe ich wieder zu meiner Insel, so, jetzt bin ich wieder bei meiner Insel, jetzt muss ich das natürlich noch zu Blöcken verarbeiten, und dann kann ich das theoretisch dann auch auf die Insel aufbauen, die Blöcke, hier da, so, jetzt machen wir das mal auf die Schnelle Art, zu einem Block verwandeln, ihr wisst ihr, wie das hoffentlich geht, so, ein Block haben wir schon mal, und vier Blöcke bin ich da raus, immer 9,64er, gibt ein 4,64er, äh, Voltblock, so, 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 jetzt brauchen wir noch ein Block, und, dann haben wir das schon mal, so, und dann, wie ich das hier auch so gemacht habe, in die Tue legen, nichts da, Diamanten holen, 1,2,3, und wieder zum Sporn, das sage ich aber, und dann könnt ihr, wenn ihr das alles habt, in Gold, können wir das hier alles hier ausbauen, in Goldblöcke, ich will zum Sporn, und so mache ich das jetzt die ganze Zeit, bis ich keine Tue habe, wie ich zu Marken komme, werde ich euch beim nächsten Video zeigen, jetzt habe ich euch schon mal ein kurzes Video gezeigt, wie ich zu Goldblöcken komme, und dann zeige ich euch mal, wie ich es bei Marken bekomme, und, ja, das war es wieder mal von heute, mit einem kurzen Video, wie ich Goldblöcke mache, und, bis zum nächsten Mal, euer Papagei. Bis zum nächsten Mal.